Jetzt zocken wir noch, wie gesagt, Halloween Edition. Ich hab einen geilen Kopfschmuck gekriegt. Geilo, geilo. Gefuckt, komm schon. Immer hängt er da. Packender Backscheiß. Oh, oh. Sitten da. Ach. Kacken. Das war schlecht geplant. Muss an die anderen Ficker. Und so, dem ist lustig. Der ist doch nicht mehr da in der Koftop. Komm her, der Füd. sehr feinloses schmicken der tut nichts auf das wort dann steht dort schattet Rrrrrr da war vielleicht mal die killste war mehr oder wie was wird es bei den glas das ist ein huhnbog oder der wort nur bis lobe gewerkt dass also zu stichen gerade ist so die schluss haben ein bisschen stunden flabert ihr mann weg oder so ein fecker kind oder schein fein da kommt der Warte! Was ist denn? OITER! Spielt der Controller? Ich glaub's nicht. OITER, ich sag zu viel Arsch. Der hilft da nicht. Wie oft die drinnen haben wir wieder. Wird er die Lobby wäre, dann wechseln wir die Hunde. Das sind echt scheiße. Aber richtig scheiße. Überhaupt der da. So. Zone C verloren. Zone A eingenommen. Das sind Arsch ficken können und den kommt halt so. So. Das ist pein. So. 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 Alter, aber siehs mit dem Arsch-Controller jetzt! Na ja, gehofft, wir sind endlich im Arsch, dass es Team wechseln kann. ... ... ... ... Das ist ein Wäschchen Die Sonne A einzig erholen. Die Sonne Fähne verloren. Die Sonne Fähne Komm schon an den Stuen, oder? Die Sonne Fähne Ich habe nicht mehr gesehen, die Karte, oder? Huh? Ganz hinten viele Ränder, da kriegst du den Speib kaum weiter. Zum Kacken! Ich habe ein Wettbewerb, oder? Ich habe einen Wettbewerb. Ich habe ein Wettbewerb und ein Wettbewerb. Das ist gut. Ja, ich habe ein Wettbewerb. Untertitelung des ZDF, 2020